Binder ist ein seit Generationen geführtes Familienunternehmen im Herzen Bayerns. Die fast 100-jährige Erfahrung in der industriellen Metallbearbeitung und eine innovative Lösungsfindung mit stabilen und verlässlichen Fertigungsprozessen bilden das Fundament des Erfolgs. Nicht erst seit Produktion des Binder-Seitenwagens, sondern anschließend über Jahrzehnte hinweg als zuverlässiger Partner mit vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen haben sich die Binder-Unternehmen in den Geschäftsfeldern Automotive, Luftfahrt, Kraftwerkstechnik und Architektur einen Namen gemacht. Kunden dieser Branchen profitieren von den Synergieeffekten, die aus den unterschiedlichen Erfahrungsschätzen resultieren. Binder bildet mit tiefgreifendem Know-how die gesamte Wertschöpfungskette ab. Von fachkundiger Beratung und Prozessentwicklung über Materialbeschaffung und Prüfung bis hin zur Herstellung und Lieferung kompletter Baugruppen. Durch die große Fertigungstiefe können sämtliche Produktionsprozesse unter einem Dach durchgeführt werden. Das minimiert Risiken und schafft Planungssicherheit bei höchster Präzision. International renommierte Hersteller aus den Bereichen Automobil- und Maschinenbau produzieren mit der Metallwarenfabrik Reichertshofen Karl Binder GmbH in Bayern ihre Baugruppen. Der Maschinenpark umfasst verschiedenste Umformanlagen bis 2000 Tonnen Presskraft und automatisierte Fertigungslinien und Inseln in unterschiedlichen Größen. Damit sind Großserienbauteile auf Folgeverbund und Transferwerkzeugen sowie Roboter-Assembly-Linien mit hohen Anforderungsprofilen kostenoptimiert umsetzbar. Das Herzstück bildet derzeit eine vollautomatisierte Anlage zur Produktion von Längsträgern für Automobilkarosserien. Mehr als 120 Roboter in vier Produktionsstraßen biegen, kleben, schweißen und vermessen über 4000 Strukturbaugruppen täglich. Dies bietet unseren Kunden auch dank fahrerlosen Transportsystemen innerhalb der Fertigung eine hochautomatisierte Produktion und Logistik mit geringster Fehleranfälligkeit. Von Einzelteilen aus komplexen Fertigungsverfahren bis hin zu großvolumigen Strukturbaugruppen. Mit seiner langjährigen Expertise produziert Binder höchst zuverlässig und zu wettbewerbsfähigen Preisen. Alle relevanten Zertifizierungen für die Metallindustrie sind vorhanden und werden fortführend erweitert, wie das elementare T-Sex-Label für Informationssicherheit und Risikomanagement. Wohin sich die Metallbranche auch entwickeln wird, Binder arbeitet innovativ und nachhaltig daran mit. So wie seit 1926. Als stabiles, zukunftsorientiertes Unternehmen mit klarer Werteorientierung für seine Mitarbeiter.